Und herzlich willkommen zu Panumero 25 von Lego, das siebte Jahr. Wir wissen, wo zwei Hokkus sind. Wo ist denn das letzte? Was müssen wir hier machen? Ist was da? Ein Viereck. Ein perfekter Viereck. Das machen wir gleich, wir gehen erst mal hier rein. Und haben Dragomir Despairn früher gesalbert. Das sagt mir jetzt gerade nichts. Das kann nur ein Wieslinge oder Hemilebauer. Alles klar. So, und tschüss. Da fliegen wir mit dem Drachen nach Hoxmedide. So, Hoxmedide. Da, 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 da. Wo, das sind wir untergekommen. Und das sind wir wieder. Oh Gott. So, wenn das ein Wieslinge oder ein Mikrabum? Was ist das Mikrabum? Oh, hier ist das ein Wiesling. Oh, das ist das. Mann, sie suchen uns. Ach, das war uns gegen uns. Und dann so super werfen. Ich muss das Kätzchen raus holen. Das Kätzchen macht euch fertig. Aua. Ja, jetzt reiß. Verdammten Todesesser. Wir müssen hier weg. Nein, das war Fault. Der Tod ist so ein Teil. Nein, das macht die Möbel alle teil. Die Möbel ist entstand. Wir müssen hier runterholen. Das ist das, was wir gerade tun haben. Das ist das, was wir gerade tun. Was ist das? Das ist ja nicht drin! Gehst du mal Rolsch? Nein, 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 der hat nicht nervt. Ist ja nicht drin! Da besteht schwarze Magie, aber ich kann keine schwarze Magie. Boah, ihr Todesesser, ne? Ja, du Nerven. Oh nein, unser Funfall ist immer noch eingefroren. Ich meine, den haben wir vor zehn Parts zurückgelassen, so. So, rein damit. Termine, Power-Leash. Oh, was ist dort denn? Lass mich doch mal gucken. So, Wegsa, ich muss sie mal waschen. Das geht leider nicht, schade. Lass dich spielen, ne? Was fehlt denn dann noch? Das Eis. Das Eis? Wo krieg ich denn das Eis her? Auswebe! Oh, wo krieg ich denn das Eis her? Es gibt doch Eis! Kann ich denn hier einfach Eis reintun? Eis, Eis reintun! Oh nein, hier kommt es nicht weiter. Das ist doof, ey! Das geht doch nicht, ey! Nö! Harry! Ähm... Du kannst doch dein Licht entschinden! Ich gerade erst! So. OtherFriend! Wie geht's dir? Ah, danke für das Eis! Ah, Punkt, Punkt! Eis, 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 Eis am Deckel! Ja, das war das Boom Boom Trang. Der Boom 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 Effekt. Oh nein, da kommen die schon wieder. Oh, ihr wart alte Freunde. Neville, oder was? Wir sind in Hogwarts wieder. Es wird schon durch! Yes! Alle Mann da! Ne, das hat nicht geklappt, was ich gedacht habe. Dann muss ich doch dieses Schweinchen da auspasten. Ist das ein Schweinchen? Ich glaube, dass ich das mal sehe. Ne, das ist ein Hardcore-Wecker. Das ist noch was für die Harten. Hey, was geht? Hallo, Leute. Ich bin Ron Weasley. Hallo, Leute. Ich bin Ron Weasley. Hallo, Leute. Ich bin Ron Weasley. Ich bin Ron Weasley. Ich bin Ron Weasley. Ich bin Ron Weasley. Ich weiß, wo die Leute noch fehlen? Ich bin Ron Weasley. Hallo Leibner, wir sind da! Hi! Die Schule sieht anders aus. Ich meine, wir müssen in einer Kiste rumgraben. Für den letzten Mann. Ich meine, was hast du da rausgegangen? A Jukebox? A Radio! A Radio Gege! Radio Gege! Hi! Hi! Howie! Tch! Snape! Snape! Magonigal kämpft mit uns! Super Magonigal! Da 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 da! Ja! 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 Jetzt haut er aber rein! Jetzt haut er rein! Der alte Sack! Ich weiß nicht wer das ist! Ja! 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 Und reinlesen! Hey, wenn du beim Schuttgenkrösch adesso sagst, muss ich gern lege denlists... Und BAM! Fühle dich besieg, Snape! Oh nein! Okay! Kampf der Lehrer! Oh yeah! Das ist genau mein Ding! Hey! Harry, wir müssen helfen! WTF? Das war so schnell für mich! Ich bitte auch auf! Aber die mächtige McGonagall schafft doch schon! Pfui! Ja, das war's! Ja, das war's! Ja, wir haben gewonnen! Danke, McGonagall! Das war's! Alles gut bei mir! Ich trinke mit der Sparta ein Bier! Einer Bier! Eine Million haben wir! Wow! Geile Scheiße! Geile Scheiße! Ich bin jetzt mal wieder zurück in Hogwarts! Ich würde mal sagen, das war der Part Nummer... Äh, das war Part Nummer 25! Von Lick und Harry Potter! Das Jahr Nummer 7! Bis zum nächsten Mal! Tschüss! Schnuckis!